Da sind wir wieder zurück zum schon 13. Let's Play Und ja, jetzt von der letzten Folge Wieso die Schafe kaputt? Jetzt muss ich alles neu machen Entschuldigung für den gerade riesen Unterschied Falls ihr gerade zum ersten Mal mein Let's Play seht, dann scroll zurück zur Folge 1 Sonst passt das gar nicht auf mit den Folgen Weil, ihr seht ja, wie Ihr denkt euch vielleicht, wie es euch ja Gemeint haben, so gemacht haben Da müsst ihr die Folge 12 anschauen Also ja Es wird Nacht Und ja, ich geh jetzt schlafen Du kannst nur nachts schlafen Nein, ich will aber jetzt schlafen Ich will aber jetzt schlafen Ich will keine Monster sehen Komm schon BAT Komm schon Endlich Ich hab gehört kein Badge-Bruck gemacht, falls ihr das denkt Ähm So, weiter geht's Also in der letzten Folge habe ich gesagt Jetzt machen wir mal eine Mine Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich Material Und so wahrscheinlich höchstwahrscheinlich So wie Pockern Ein Schwert, eine Spitzpocker Für Monster Ähm Ähm Ähm, so Zuerst mal den Eingang hier verschönen So, 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 so Ähm Ähm, das könnte ich ein bisschen verschönen Ähm Wahrscheinlich auch hier so zu decken Ist das Beste, also So nach oben Und hier wäre dann der Eingang der Mühle So So Ähm Machen wir so Keine Zeichnung Also so, 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 so Und dann noch So, 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 so Dann machen wir hier so, so Und hier so, so, so 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 Dann machen wir auch noch hier so Und so und so Und hier so und so Und hier so und so Wahrscheinlich hier noch so und so Und so und so Also hier kommt meine Sauce Und So Und so Aber jetzt habe ich es mit dem Sauce Ähm Wie schon gesagt, das dazurecken, das mache ich jetzt noch gleich Wenn nicht Wenn nicht Ah, da ist meine Schaufel da Ähm Irgendwo Erde abbauen Hier vielleicht Wo gibt's noch schöne Erde zum abbauen Wow, schönes Gewässer Und so Obstache eben, es sieht natürlich aus Ich und die Natur Und so Und so Und so Und so Sieht gar nichts Sieht doch schöner aus Also das war das Erste Das Erste Ähm Eingang der Mine, wie schon gesagt Ähm Endlich mal Minen nach langer Zeit bauen vom Haus Ist irgendwie langweilig gewesen Aber jetzt Aber jetzt Oh, wie lange habe ich schon nicht dem Den 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 Ähm Einge Ein Herren Ein und Ein paar Jahre Ähm Ja So und So Das Der 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 Also Also beim Gronk-Text-Effects sieht Trosterschein noch ziemlich gut aus, aber wenn wir z.B. das Fakeball nehmen, sieht das hässlich aus. Ach, entscheide, zu informiert, meine Kraft. Hallo! So, sieht doch viel schöner aus. Also ich bin erst mit dem Spiel gewohnt. Ähm, ja, dann... Nein, wir beenden nicht das Letztei, wenn ihr das denkt. Also wir nehmen erst... Wir nehmen erst... Erst... 6 Minuten für die 13. Folge auf. Also nicht denken, wenn ich unsan sage. Nicht denken, dass ich das Letztei beende. Also... Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ähm, was wollen wir hier machen? So abbauen, so abbauen, so abbauen. Also das Ganze hier zuerst mal abbauen, dann machen wir eine Treppe runter. Eine große. Und dann haben wir mal ein... 10x5 Tunnel. Immer ein paar Meter. Und ein paar Blöcke. Und dann bauen wir... Wir haben wir drei Blöcke runter. Machen dort wieder ein Tunnel. Zurück. Wieder runter. Zurück. Dann machen wir pro Tunnel an der Wand dann noch ein paar Schächte. Das müsste reichen für die Mine. Falls ihr nicht nachkommt, wartet einfach ab bis zur... 30. Folge. Vielleicht ist das da... Dort der Anfang der Mine. Also... 30. Folge. Fertig die Mine. Und dann seht ihr ja auch jetzt meine. So. Hoffen wir mal... Sehen wir ein paar... Bisschen... Ein paar... Ja, voll. Ein bisschen... Äh... Ein bisschen gesagt, man. Eisen. Diamanten. Redstone. Das sind so Kabel und so. In Minecraft. Äh... Redstone. Was gibt's noch? Diamanten. Habe ich schon gesagt. Es ist mir erwartet. Gibt's dann außerdem nur in solchen Biomen. Also in... extremen Bergen. Und dann... Was ist noch Kohle? Ja, Kohle... Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Ich kann nicht sehen, man. Ist ja auch nur für uns nicht, also, pssst. Dann, ja, falls dieses Let's Play irgendwie unerwartet endet, also ohne Verabschiedung, dann ist das also wieder mein Bruder, also hat er das kaputt gemacht, weil der spielt sehr witzend auf mich, darum mache ich das Let's Play erst, wenn er aus dem Haus ist. Ja, er geht ein paar Fahrräder anschauen, mit der Mutter glücklicherweise, sonst wäre ich jetzt nicht am Let's Play. Ja. Cool, ein Lichterfekt. Cool, ein Lichterfekt. Cool, cool. Cool. Ich bin doch noch was, wenn ich das Geldfekt habe. Cool. 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 Realistisch. Also, Respekt. Äh, nein. Also, wer hat meinen Respekt wahrscheinlich? Ja, da haben wir wahrscheinlich jetzt genug, äh, cool. 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 So, dann bauen wir, äh, noch ein bisschen mit der Erde dazu, ein bisschen verschönern. Realistisch. 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 Im Augenblick. So, müsste gehen. Sieht doch gut aus. Ja, hier noch ein bisschen. Wie ein bisschen. Sehr realistisch. Und ja, es wird wieder ab. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bett, also nicht in Realize. In Realize ist es jetzt bei mir, also im jetzigen Bestand erst 2 Uhr. Dann. Behandeln wir wohl heute das Let's Play im Bett. Wie lange, ja, elf Minuten geht wird. Gehen wir ins Bett. Äh. Ich will wieder schlafen. Ja, ich will schlafen. Aber sag mal, ich will jetzt schlafen. So. Dann, behandeln wir es. Dann auf Wiedersehen des Wiedersehen des Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.